Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nutoka aufs Brot und wir spielen hier ein bisschen Accrarian Skies, auch bekannt als Skies related mit dem guten Kinsey und wo ist er denn? Dahinten ist er, an seinem Tower fleißig anbauen. Mir ist gerade in diesem Moment die Idee gekommen, hey Kinsey, du brauchst ein Jetpack, kannst du den Turm richtig schön machen und das werde ich heute mal in Angriff nehmen. Oha, Kinsey Basel ist ein Jetpack. Was meinst du, soll ich die Ender-Dings-Version machen? Mit Ender-Ing-Nots? Mit 10 Billionen Speicherkapazität. Wie heißen die Dinger? Heißen die auch Jetpack oder heißen die anders? Ich glaube die heißen auch Jetpack. Ahja, die heißen Jetpack. Du meinst den Resonant Jetpack? Ja, aber der ist glaube ich ein bisschen zu heftig. Dafür brauchst du immer den vorherigen Jetpack um ein fertiges zu machen. Ach hier brauchst du den ganzen Jetpack vorher? Ach ne, ne stimmt gar nicht. Wow, warum werde ich denn abgriffen? Schön, dass du die Falle abgekriegt hast. Hast du die Falle abgekriegt? Nee, aber ich war gerade hier im Inventar am Gucken. Was ist das hinter dir? Da kommt irgendwas. Hinter dir kommt was? Ja. Röder. Das ist nur ein Zombie. Aber ein Angry Zombie. Sag mal, Kinsey, was machst du denn da für eine Scheiße? Ich glaub ein paar Monster, sorry. Danke. Man. Ja, Jetpack. Jetpack, Jetpack, Jetpack. Was hast du denn für eins? Und wie viel kann der Speicher? Ich hab den allerersten, der kann 25.000 Redflux. Leadstone heißt das ganze Leben. Ist das nicht das Ding, was in die Luft gehen kann? Nein. Gut. Na ja, dann mach du mal. Ich mach auch den ersten, der reicht völlig aus. Ah, jetzt, jetzt, ich geh mal direkt noch ein Bobo machen. Damit meine, meine Bienchen arbeiten können. Bleedstone, Bleedstone. Die ganzen kacken Monster drauf. Hardened Jetpack, was muss ich denn hier? Wie sind denn die Rezepte hier? Invar. Oh. Ach, hier braucht man zwei Thruster. Ach, bei Fifi-Dieslight ist das alles noch ein bisschen anders, okay. Ach so, du meinst, du kennst das nur von Fifi-Dieslight? Ich hab gedacht, du wär auch eine, 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 eine Ringsbums, eine, eine Karte von Agrarian Skies. Äh, ja, hab ich jetzt, äh, hier, ich hab jetzt die, äh, ja, die, äh, Rezepte hier natürlich in Agrarian Skies drin. Das ist echt doof, dass die ganzen Modpack verschiedene Rezepte haben. Jein. Oh, das ist ja viel aufwendiger. Bei Steam-Dynamos. Oh, ho, ho, ho. Ein Pneumatik-Servo und Copper Gear. Ich mach mir auch noch nichts. Hab ich dir doch gesagt. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, das ist doch ganz einfach, ey. Ich mach einfach so ganz schnell hier ein Jetpack, ey. Ja, weil ich, weil ich ja die anderen Rezepte kenne, nicht dieses. Ich bin voll der King. Aber wir haben keinen, wir haben keinen Copper mehr. Doch, wir haben Copper. Ja, wir haben sogar Copper Cabana. Oh, Copper Cabana. Aber da brauch ich jetzt ja vier. Komm, ich kann überhaupt nicht hin. Ein paar Kakaobohnen eigentlich, ähm, mit Bone Meal. Ja, kann man, sehr schön. Mach mal schon mal ein bisschen Kakao. Ich muss mich erst mal wieder umgewöhnen. Ah, kein Iron. Ähm, ich muss mich erst mal wieder umgewöhnen von Deutsch auf Englisch, ja. Bei VTBs Light, was ich zur Zeit privat spiele, das habe ich auf Deutsch. Ja, das war gestern bei mir auch ein schönes Problem. Ich habe ja gestern ein neues Projekt angefangen. Auch Minecraft, ja? Ja, mit dem guten Tidus, dem Pakoidra, dann auch der Snooze und, ahhh, fuck. Wie war der andere Name noch? Oh, nein. Jetzt fällt mir genau ein Name nicht ein. Oh, peinlich, peinlich. Schön, dass es in der Aufnahme sitzt. Ich entschuldige mich vielmals, aber der Name ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall, äh, ein Mini-Craft-Projekt, ja. Oh, hallo? Hm? Äh, Winterzeit heißt das Ganze. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. Warum geht das so nicht? Hab ich das so gemacht? Kakaobi. Lowstone. Ah, doch, Lowstone Cover will ich behalten. Glowstone Dust. Oh, ja, die baue ich auch noch ein. Das, äh... Ich brauche nur noch das grüne Glas. Ähm, Artificial Hive kommt weg. Wer tut mir da schon wieder weh? Warum bekomme ich Schaden? Ich bin's nicht. Warum bin ich... Achso, ja, die... Die Tropical Bees haben mich gepikst. Die Säue. Aua. Ah, Chocolate Friend. Hast du einen Hammer? In meiner Hose, ja. Jan, den brauche ich nicht. Oh. Alter. Oder soll ich damit Eisen peitschen? Wie? Ich bin vergiftet! Ich werde sterben. Vergiftet. Ich werde sterben, jetzt ohne Scheiß. Ne, echt jetzt? Von Bienenstich? Wie lange bist du denn vergiftet? Ich habe noch ein Herz, ein halbes... Ich bin tot! Oh, ho, ho, ho... Puh! Ich sollte mir, wenn ich zu den Bienen gehe, vielleicht einen Eimer Milch mitnehmen. Aha. Alter, das war jetzt... Was kannst du denn mit Milch machen? Äh, da wird man ja nicht mehr vergiftet, wenn man das trinkt. Ah, Milch entgiftet. Alter. Das wusste ich auch nicht. Sachen gibt es. Hier ist noch ein Precision-Sledgehammer, den kann ich nicht gebrauchen. Hier ist übrigens noch ein Scoop in der Kiste. Okay. Ja, ich habe ja diesen Taumig-Scoop, der will ich besser. So, gib mir Milch, du Sahne. Manchmal halt ein Stonehammer. Alter, ich habe jetzt echt gedacht, ich sterbe an dem Bienenstich. An dem Bienenstich. Das ist schon vielen Leuten passiert. Ich rede von dem Kuchen. Ist es eigentlich ein richtiger Kuchen? Ist Bienenstich ein Kuchen, oder? Ja, Bienenstich ist ein Kuchen. Oder ist es eine Torte? Nein, es ist ein Kuchen. Nein, es ist ein Gören. Es ist ein Gören. Sag mal, weißt du nicht überhaupt Bienenstich, ich esse. Knüppel. So, okay, dann machen wir da noch. Eins, zwei, drei. Kakaobohn. Ja, ich mache Kakaobohn. Häschen geht zum... Was? Kakaobohn. Mach das. Kennst du den? Kennst du den? Häschen geht zum Bäcker, ne? Und fragt... Hallo Bienenstich. Sagt die Verkäuferin. Ja. Sagt Häschen. Muss ich selber rauf tun. Der ist so schlecht, ich weiß. Aber die Häschenwitze habe ich damals geliebt. Ne, jetzt n... Als kleines Kind, oder? Ja, ja. Ach, das ist Stein, ich brauche Kabelstein. Kann mir das mal wieder einer sagen vorher? Tick mir da. Hammer. So, ich mache mir nochmal ein Hammer. Steinhammer. Da habe ich insgesamt dry. Ich hole mir Holz. Ist zu reichen. Gibt es genug im Keller? Ich gehe doch nicht in den Keller, ich gehe ins Lagersystem. Da sind auch 700, das reicht auch. Ja, denke ich auch. Müsste gerade so reichen, für deine Bedürfnisse. Und ich spam hier ein bisschen. Was war das? Ich weiß nicht. Monster Jerky. Was ist ein Monster Jerky? Du fragst mich Sachen. Es ist in der einen Küste hier. Naja gut, ich muss mich beeilen, wenn ich hier noch was schaffen will. Hm, ein bisschen Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Dann kannst du mir auch gleich ein bisschen Blei mitnehmen. Das ist bestimmt auch wieder Rale. Wie der Rale. Ein bisschen Eisen. Und ein bisschen Copper vielleicht noch? Ne. Ähm, Platin, Blei. Erstmal Blei. Da sind wir dabei. Ein Stack, zwei Stack. Zu wenig Seed, Eil. Zu wenig Seed, Eil. Copper, Lug, Eil. Oh nein. Wo ist Eisen da? Es geht genau hin. Es geht genau hin. Da dreht einer. Wunderbar. Oh. Ich drehe dich da. Ja, scheiße. Die Bombe. Ähm. Hey. Er dreht wirklich durch. Hilfe. Da dreht einer total durch. Ich hab dann noch meinen Gogenberg auf Holding gegen Platz Probleme. Meine Güte. Ich hab hier keine Strings mehr. Gibt's da gar nicht. Ja, was sollst du nur heute nachher? Alter Abend. Wie kannst du dich denn so blicken lassen ohne String? Das geht ja gar nicht. Okay, dann muss ich mal kurz mal da rein. Schön, nehm ich ne Spinne, oder? Ja. Ja, lass ich da drin. Schere brauche ich erst mal nicht. Oh, ne Spinne. Ich brauche noch nicht Builderspond. Juhu. Noch ne Schere? Sie hat getraubt. Sie hat getraubt. Äh. So. Und so. Und dann weiter geht's. Am liebsten würde ich das Broken Iron Ohr direkt in die Schmelze schmeißen. Bist du mir böse, wenn du es mir bist. Hast du gerade Iron Ohr gebroken? Ist ja ekelhaft. Du bist mir nicht böse, wenn ich es direkt einschmeiße. Ach du machst das ja eh. Ich muss mit dem Hammer überspringen. Du machst das ja eh. Ja komm, wir haben es doch jetzt. Wir haben es doch. Was kostet die Welt? Weiß ich doch nicht. Ich hab nicht so viel Geld. YouTube Money find' Arsch. Ja, aber ich da scheiß die Wand an. Ne. Oh, was mach ich nicht. Mal ein Bild da. Oh, da ist ja noch Iron ohne Ende. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Hol' ich mir gleich mal ein paar Blöcke. Iron unten. Na ja. Oh, da ist ja noch Kobalt drin. 1, 2, 3, 4. Schokoladefremme. 1, 2, 3, 4. Schokoladefremme. Hm. Ich lass jetzt meine Bienen in der Schokolade sich fortpflanzen. Oh, ich pikse nämlich nicht schon wieder. Oh, die würde ich aber nicht mehr essen. Ich pikse nämlich nicht schon wieder. Die würde ich aber nicht essen. Au. 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 Schon wieder? Echt denn? Ja. Warum kann ich die Milch nicht trinken? Willst du mich verarschen? Au. Au. Vielleicht muss ich in Wasser springen. Au. 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 Was hab ich gemacht? Cool, das sieht voll gut aus. Aber du hast das Wasser gelöscht. Ich habe eine Milchbad. Ach, Quatsch. Wie zu hell hab ich das? Man kann Wasser mit Milch löschen? Oder war hier sowieso nichts drin? Warum solltest du Wasser rausnehmen? Keine Ahnung. Aber... Aber es ist gut zu wissen. Und vor allem sind diese Dinger hier unten weg. Weißt du, diese... Ja. Die sind schon im Hopper. Ja, diese wird schon im Hopper. Warum? Mei... Ich will irgendwo einen Cleopatra-Bart machen. Ja, brauchst du denn noch Honig? Ja, aber Honig kann man ja nicht da reinmachen. Mh, heiße Milch mit Honig. Das wär was. Oh ja, so geil. Wuhuuu. Brauch ich gar kein Eisen. Ich brauch nur zwei, drei Eisen. Alter, wie weit fließt denn bitteschön Milch? Komm dir das mal angucken. Wieso? Wo bist du denn? Da bist du. Warte mal, sieben oder nicht? Äh... Keine Ahnung. Also da wäre eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, genau wie Wasser. Abgefahren. Warum? Was ist das? Wenn ich in Milch stehe, bekomme ich Haste. What? I don't know that. I didn't know that too. You know what I'm saying. I don't know that. Ähm, ich brauch noch ferröses Metall. Wie krieg ich nochmal ferröses Metall? Äh... Ja, die Bienen haben aufgehört zu fliegen. Sehr gut. Warte, brauch aber... Ferris, oh, Ferris Block. Ferris Ignit. Tapecrafting. Smelting. Pulverized Ferris. Nickel Grains. What? Von Extra Bees? Da muss es aber doch noch mehr geben. Oh, oh, schnell weg! Die Peaks Bienen kommen wieder. Ja. Muss ich echt Iron Ore oder Gravel Ore oder Dust oder so sieben? Äh, Pulverized? Ja, wenn das da steht, dann wahrscheinlich ja. Wie hoch? Ne, doch 10%ige Chance nur. Brauch ein bisschen Invar. Ah, okay. So oft, dass ich gerade alles in die Schmelze gepackt hab, bis auf 5. Hm, ein Teufelskreis. Ich kann mir nochmal Wasser holen. Wann kann man denn hier eigentlich keine Milch trinken? Das ist doch nicht normal. Was... Was ist denn mit dem... Ach so, du hast den so eingestellt, dass der Dauer siebt, der Pulverizer. Was hab ich? Wann hast du das denn gemacht? Was hab ich? Du hast da ne Schleife eingebaut. Von der... Von Pulverizer zur Kiste. Ist aber inaktiv. Aber ich weiß nicht, ob der Pulverizer nachschiebt. Normal, ja. Ja. Ähm. 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 Was... Was... Was brauchst du denn? Dust? Oder Gravel? Oder wie oder was? Oder warum wir so... Ne, ich will... Ich will Iron Ore Gravel... Krashen. Kann ich die Schleife kurz ausstellen? Was brauchst du denn? Sprich doch mal mit mir. Inva. Inva. Ob du Stone brauchst oder Gravel oder Sand hast, das möchte ich von dir wissen. Inva. Inva. Oh, dann sag's mir halt nicht. Ich glaub du kannst mir irgendwie mit folgen. Welche von den vier Sachen brauchst du? Hast du mir nicht gehört? Sand? Gravel? Oder Stone? Ich muss Iron Ore Gravel crushen. Damit ich's krieg. Deswegen muss ich den frei haben. Verstehst du mich nicht? Alter. Hä? Reden wir völlig... Es gibt vier Sachen, die das Ding hier produzieren kann. Vier. Und du sagst mir, du willst Iron Ore Gravel. Das gibt es hier nicht. Ja. Nein, nein. Ich will Iron... Doch. Das gibt es. Mann, ich schmeiß es mal hin. Das Iron Ore Gravel. Das will ich... Das will ich crushen. Also pulverisieren. Warum? Damit ich Inva bekomme. Ja, dann mach halt. Dann mach ich die Schleife aus. Mach's doch einfach direkt in den Pulverizer Slot rein und gut ist. Eigentlich hast du recht. Ja, natürlich. Er schickt das ja nicht weiter. Oder er kann crush das ja nicht nochmal crushen. Ja, du hast ja recht. Gott schmerzen. Meine Güte. Warum macht er jetzt nichts? Und du es wahrscheinlich an die falsche Stelle gemacht hast. Nee. Geht nur an eine Stelle. Sagst du. Hä? Manja. Ferris... 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 Iron Ore... Iron Ore... Gravel... Iron Ore... Dust... Iron... Oh... Was? Nicht so schnell. Doch. Noch schneller. Iron Ore... Iron Ore... Iron Gravel Ore. Was? Iron Gravel Ore? Von Tinker's Construct? Äh... Der ist doch von... X-Nimo. Iron Ore... Gravel. Hä? Hä? Iron Gravel... Iron Ore... Iron Ore... Dust? Achso. Ich brauche Dust. Another one bites the Dust. X-Nimo. Geht nur der Dust von... Geht auch normales Iron? Ähm... 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 Doch. Normales Iron. Hatten wir das Gespräch, dass das geht, oder? Werde ich gleich sehen. Ne. Geht nicht. Geht nicht. Ne. No. No. Na gut, dann muss ich mir Dust machen. Ähm... Dann brauche ich noch mal ein bisschen Iron. Du wolltest doch mal von mir in der letzten Folge Propolis haben, oder? war das nicht für was war das denn gleich noch mal die letzte aufnahme ist schon wieder fast eine woche naja fast eine woche ist übertrieben wir ein paar tage ja mal gucken was das ist pro da gibt es noch ganz da gibt es ja ganz viele von von forestry magic bis noch mal ich mach mal ach so ich muss jetzt enter und dann bekommst du übrigens deinen bier leiser den tree leiser abholen wenn du das möchtest ich bekomme auch ein das quest abkommst du auch du bist ja ein ganz netter okay ich muss mir eben ein string übrigens wir haben noch string ja aber ich habe mir jetzt eine schöne katze spinne geschlachtet okay weil hier in der in der pulverizer kiste ist eine welcher letztens wolle polarisiert hat für so einer bis tinte ja ich kann glaube ich jetzt ganz viel abholen ich habe einen dritt 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 aufmachen drin das wird dich freuen wieso nur so hast du eine kiste in deinem zauberer wieso habe ich lernen für skyblock angeblich nicht fertig wahrscheinlich viel my power anlags vor kurz ach so woanders anlagt der quest ok als kitchen habe ich nichts mehr die power flight da müssen eine reaktor warm machen wir das ganze mal dabei gelorium wolltest du haben ja bitte nicht cyanide und auch kein full hart auch gut claim reward gelorium kannst direkt in die kiste beim 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 dings rein machen in die hintere bei biesen trees hast du ja du bist ja richtig vielleicht aber haben die güte analyzing bis einer leise russos ok klein wie wort tropical hive soll ich tropical hive nehmen nö nö hol dir den den anderen tropical habe ich genug reward back ja claim rewards die bienen werde ich dir auch gleich zustecken nicht zu stecken dann bee automation zu stecken nein möchte ich nicht die sind noch nicht so weit oh man bekommt für eine quest 16 alvary blöcke das ist praktisch weil die ja so scheiße schwer einstellen sind die habe ich auch noch nicht abgeholt nehmen wir den reward back der grinst mich so an okay ich glaube dass wir wieder liegen rum ich habe angst ja alle abgenommen alle ja alle beendet man nicht so viel hört gleich mal frezen hier gucken wir aber als wir jetzt machen ding ding still powered flight da brauchen wir noch das cyanide gedöns bees and trees was kommt da ja egal oh zwei greater reward backs geile dann muss ich mich aber echt mal langsam ans iron machen hier erst mal gravel machen gleich ein bisschen aufräumen das sieht doch fein aus die automat in das das sieht doch auch gut aus oh gut kurz weg ich habe trotzdem marschi hive und tropical hive bekommen warte lasst uns handeln die bienen marschi hive tropical hives delorium ingots dahinten hin du meinst beim reaktor die kiste ja und zwar die dahinter müsste das sein ja hast du sie gefunden ja hat es direkt an dann machen wir uns hier noch ein paar bienen aber er kann keine energie mehr produzieren ja es wird da demnächst mal was dranhängen was energie braucht so und wir müssen die folge schon wieder beenden quatsch ich habe nichts geschafft jo dann sage ich einfach mal bis nächstes mal wir würden uns freuen wenn ihr wieder reinschaltet ansonsten macht's gut tschüss tschüss Region 2 Region 2 uje 齋 ию Review Cho defender Region Wil Ans anding fluores Senior